Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfever hier bei Heisenberg Zockt. Ja, da kommen sie und gehen sie. Auch nicht schlecht, alles miteinander. Da kommt gleich der Nächste. Ja, schön, hier ist einiges los. Und unsere Bergstrecke, die scheint eben auch sehr gut zu funktionieren. Mal gucken nochmal schnell. Ja, hier sechs Leute, aber auf der anderen Seite, da warten ja doch ein paar mehr. Gut, wir gehen nach Hamburg. Jetzt geht es dem Güterbahnhof an den Kragen. Wahrscheinlich haben es ein paar von euch schon geahnt, was kommen wird, als ich gesagt habe, wir bauen da in Hamburg nochmal ein bisschen rum. Da gab es einen Kommentar mit einer sehr guten Idee. Das Problem hier bei diesem Güterbahnhof ist ja, eben, er ist zu kurz. Ich weiss jetzt nicht mehr, haben wir den so gebaut, weil wir kein Geld hatten? Oder habe ich einfach nur auf die Breite geachtet? Und, ne, ich glaube länger ging er eben gar nicht, weil hier vorne ist er irgendwann dann fertig. Wir können ja mal gucken, wenn wir den aufrüsten wollten und hier die Länge ein bisschen verändern, dann sehen wir, ja, da kommen wir in den Fluss rein. Das geht so gar nicht. Aber, ja, wir können ihn ja einfach ein bisschen biegen. Ja, aber dann vielleicht doch in die andere Richtung. So, das Problem ist aber, die Kölbrandbrücke, die wird so oder so, die wird fällig. Das heisst, wir müssen die wahrscheinlich nochmal neu bauen, wenn wir das machen. Denn, wir können gucken, auch ein bisschen kürzer. Hier, die ist immer rot. Egal, was wir machen. Aber hier Fettkurvate, oder Kurvature, oder wie das heisst, die Brücke, die ist fällig. Das geht so nicht. Aber ich würde sagen, wir machen das trotzdem. Wir werden jetzt hier mal entsprechend, äh, abreissen. Aber erstmal den Zug hier rauslassen. Das ist eh ganz gut. Den müssen wir eigentlich, wisst ihr was, hier können wir ja schon mal abreissen. Dann kommt er eh nicht weiter. Äh, man reicht mir einen Bagger. Da wird man fast ein bisschen nervös hier. Wenn man hier so bastelt und abreisst, was man hier eigentlich schön hingestellt hat. Aber eben, wenn halt der Bahnhof zu kurz ist und der ist zu kurz. Jetzt stellen wir in den Kommentaren, das sei erbärmlich für eine Stadt wie Hamburg. Und da muss ich sagen, da hat der Kommentarschreiber einfach auch recht gehabt. Das ist in einer Form erbärmlich. Wenn ich jetzt laufen lasse, wird der hier drehen. Ne, der dreht nur, wenn ich nicht zugucke. Er hält. Ja, das ist eigentlich genau, was er machen soll. Wenn er hier wieder ein Gleis bekommt, dann soll er einfach wieder weiterfahren. So, okay. Das müsste reichen. Wir wollen hier nicht die ganze Brücke abreissen. Wir machen hier mal zu. Wir sind im Pausenmodus. Okay. Äh, Bagger. So, und jetzt wird hier halt relativ viel abgerissen. Und zwar der ganze vordere Bereich, inklusive, ja, halt den vorderen Teil oder den mittleren Teil der Köhlbrandbrücke. Die muss auch weichen. Die werden wir dann halt entsprechend neu hinstellen. Hier muss natürlich alles weg. So, und dann haben wir auch das hier mit diesem Pfeiler, nämlich beseitigt. Der steht da halb auf dem Gleis. Das ist doch eher ein bisschen schade. So, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen raus. So, so, du musst auch weichen. So, ba bum, ba bum. Und jetzt haben wir das Geräusch wieder. Das war ja irgendwie in der letzten Folge. Äh, ist das Flöten gegangen mal kurz. Aus irgendeinem Grund. Ich weiss bis jetzt nicht warum. Also, an Audio habe ich nichts geändert gehabt. Aber ist ja auch Wurst. Wir haben es ja zurück. Oh, aber jetzt hier jede Leiste einzeln abreissen. Das kann sie auch nicht sein. So, gut. Bahnhof hätten wir. Jetzt kommt das hier noch weg. Und dann eben der, ja, dieser Bereich der Brücke. Mal gucken, was wir da alles abreissen können. Wir werden es gleich sehen. Vielleicht müssen wir hier tatsächlich einen Teil von der Brücke auch noch kappen. Das werden wir rausfinden. So, gucken. Ne, das ist mir schon. Oh, da reissen wir. So, fast die ganze Brücke ab. Das kann es nicht sein. Eigentlich den Bereich hier würde ich glatt lassen. Aber geht halt nicht anders. Wobei, ich könnte hier eine Abzweigung bauen. Dann könnte ich, äh, einen kürzeren Teil abreissen. Die Frage ist halt, ob wir das noch so machen nachher. Ob das überhaupt funktioniert. Wisst ihr was? Wir nehmen mal die ganze weg. Das hilft ja nichts. So, du musst auch weg. Du musst noch weichen. Du musst weichen. Das lassen wir mal. Das können wir immer noch abreissen. So, jetzt wird es spannend. Jetzt werden hier wahrscheinlich noch ein paar Häuser fällig. Ja, diese sieben. Wenn wir ihn so biegen. Wenn wir ihn noch ein bisschen mehr biegen. Ja, dann müssen wir die Strasse auch noch kappen. Das würde ich nicht machen. Ich denke, diese Biegung reicht. Denn es geht ja eigentlich nur darum. Äh, Moment. Jetzt haben wir aber irgendwas mit den Gleisen hier falsch. Äh, zehn Stück. Wie viele hatten wir vorher? Warum wird das hier denn nicht mitgenommen? Hä, das ist ein bisschen komisch. Ich gehe mal nochmal raus. Das müsste ja hier irgendwie auch noch aufgerüstet werden. Oder geht das nicht? Und dann lässt das Spiel da die so wie sie sind. Das wäre noch interessant. Seht ihr das? Das ist schon auch Bahnhof. Das kann ich nicht abreissen. Jetzt muss ich echt nochmal gucken. Ne, das gehört zum Bahnhof. Warum wird da nicht alles gestreckt und ausgedehnt? Ausgedehnt. Hm. Zehn Gleise. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Aha. Moment. Ich glaube, ich habe es gefunden. So. Jetzt werden sie mitgenommen. Arg. Und jetzt geht es wieder nicht. Aber mit einem weniger ging es. So. So würde es gehen. Dann hätten wir hier unten noch diese Weiche. Das sind das. Hä? Also irgendwie so ganz kapiere ich das nicht. Was er hier macht. Wie er das berechnet. Warum? Wenn wir jetzt hier. Wir haben acht und vier. Das gibt zwölf Gleise. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Also irgendwie merkwürdig. Aber okay. Dann haben wir da halt nochmal so ein Teil. Da können wir ja noch ein Depot hinstellen. Wenn wir ein bisschen Glück haben. Oder wir gehen hier nochmal über den Fluss rüber. Und hier unten durch und gucken, wo wir dann hinkommen. Ich meine Gleise kann man nie genug haben. Das sieht so auch gar nicht schlecht aus. Die Frage ist dann halt. Wie kriegen wir die Brücke wieder hin? Was reisst das jetzt hier alles ab? Oh. Hier noch so einen schönen. Hm. So einen schönen hohen Turm. Aber da haben wir noch mehrere von. Was kostet das? Reine Neugier. Sechs Millionen. Ja. Machen wir. Anwenden. Zack. Und da haben wir den neuen Güterbahnhof in Hamburg. So. Ich würde sagen. Das ist doch jetzt aber eigentlich relativ angemessen. Von der Grösse her. Sehr schön. Ah. Und jetzt ist das Gleis auch weg. Guck mal. Das war nur ein Darstellungs... Ja. Ob es jetzt ein Fehler war. Das wurde halt einfach anders dargestellt. So. Jetzt müssen wir hier aber tatsächlich auch nochmal ein bisschen weiter abreissen. Damit wir da wieder in die Gleise reinkommen. Und wie wir wollen. Ohne dass wir hier so einen komischen Bremser haben. So. Zack. Zack. Auch nochmal weg. Weichen machen wir natürlich später dann wieder. Signale ebenso. Gut. Und jetzt mal gucken. Wenn wir mit dir zum Beispiel hier rein wollten. Das würde schon mal funktionieren. Und mit dir wollen wir hier rauf. Das würde auch schon mal funktionieren. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier noch eine Weiche hinkriegen. So. Hier auf der Brücke. Das klappt eigentlich auch perfekt. Vielleicht sogar mit X Weiche. Sonst. Oder taucht gerade der Zuge drauf. Sonst machen wir... Ne. Das funktioniert sogar. Sonst hätten wir da einfach eine Oldschool Weiche gemacht. Okay. Haben wir. Dann bräuchten wir Signale. Nicht, dass die am Schluss dann vergessen gehen. Das wäre dann einmal hier. Und die Gegenrichtung haben wir ja eigentlich... Da haben wir nichts gemacht. Da kann nicht viel passiert sein. Wir machen eine Kontrolle. Wunderbar. Geht hier rein. Das darf er. Und ist dann hier zweigleisig. Gleis Nummer 1. Beziehungsweise Linie Nummer 1. Hätten wir wieder. Wir brauchen das zweite. Das ist auch alles eher nicht so eine riesen Übung. Das Hauptproblem sehe ich dann tatsächlich halt wirklich beim Bahnhof. Äh. Bei der Brücke. Bei der Brücke. Beim Brückenwiederaufbau. Jetzt habe ich es. So. Machen wir so. Dann gibt es hier eine Weiche. Ein bisschen runter. Ja. Macht da interessante Sachen. Eigentlich soll es nur da rein. Wunderbar. So. Hier zurücknehmen. Irgendwie auf Brücken geht das fast einfacher. Hier mit diesen X-Weichen. Ist ja auch einmal mehr interessant. So. Signal. Okay. Hier gilt das gleiche. In die Gegenrichtung haben wir es. Passt. Was fehlt noch? Das Gleis hier. Und natürlich die ganzen anderen Gleise. Die wir noch nicht benutzt haben. Äh. Da haben wir aber altes Gleis. Äh. Die werden wir dann natürlich auch noch anschliessen. Da sieht man. Guck mal an. Jetzt haben wir hier oben auch noch ein Problem. Mit diesem Tal der Brücke. Da fährt eine Strassenbahn rüber. Das heisst. Das müssen wir dann wieder mit Strassenbahn machen. Äh. Ja gut. Wenn das nicht geht. Moment. Ich kann ja mal gucken. Wenn wir das hier machen. Ne. Da ist auch rot. Das heisst. Muss auch weg. Okay. Lassen wir den Rest. Gucken ob wir es bauen können. Sonst kommt der dann auch noch weg. Jetzt würde ich aber. Der Einfachheit halber eigentlich. Vielleicht da raus. Ähm. Ich überlege gerade welches Gleis wir nehmen. Hm. 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 Ich würde die beiden hier nehmen. Ist ein bisschen ungünstig. Da wir nie zwei nebeneinander haben. Das ist aber eigentlich egal. Es geht ja dann nur um die Weiche. Die man baut. Also wenn das so wäre. Dann hätten wir hier noch freies Gleis. Das heisst. Wir kommen in die Richtung nicht mehr. Wir kommen aber relativ einfach hier um den Bogen rum. Das wäre nicht ideal. Ich würde die Gleise hier mal in Ruhe lassen. Noch für den Moment. Nehmen wir mal die. Wir machen da. Noch eine Reservation. So. Nämlich indem wir die Gleise hier schon mal rausziehen. Die wollen dann irgendwie auch in die Richtung. Und hier machen wir das gleiche. Nicht, dass da plötzlich eine Strasse ist. Müssen wir sowieso. Wenn wir jetzt die Brücke wieder hinstellen. Dann müssen hier Gleise sein. Damit die Brücke irgendwie weiss, wo Pfeiler hinkommen können. Und wo eben nicht. Ja. Das ist bestens gut. Hätten wir soweit vorbereitet. Jetzt fehlt hier die Weiche. Die müssen wir auch wieder haben. Okay. Zurück. Mit dir. So. Und dann können wir nämlich später natürlich auch steigen und so groß. Die Güterzüge, die hier reinfahren, viel länger machen. Die haben wir jetzt alle relativ kurz. Da können wir natürlich auch was machen beim Fahrzeugersatz. Das mag so nicht gehen. Es nötigt mich zu einer Oldschool-Weiche, das Spiel. Okay. Machen wir gerne. So. Signal. Das wäre dann hier. Und auch hier gilt wieder, in der Gegenrichtung steht das Ganze schon. Bestens gut. Ich denke, das hat sich schon gelohnt. Das war jetzt nicht mal ein riesen Manöver eigentlich. Das passt soweit. Gut. Jetzt Kollege Kölbrandbrücke. Hier mit diesem, oh Gott, einsamen Tram hier drauf. Wir gucken mal, wie wir dich wieder rüber kriegen. Ja. Es wird in einem kompletten Neubau enden. Ich glaube nicht, dass ich hier andocken kann. Ich kann es ja mal versuchen. Mal gucken, welche Strasse hatten wir hier. Die ist zu dünn. Die war es. Dann hätten wir die gerne mit, ja meinetwegen auch mit Busspur und Tramgleis brauchen wir eben auch. Und wenn wir dich jetzt hier rüber ziehen, wo ist mein Knubbel? Äh. Da war er gerade. Moment. So rüber und dann hier ran. Was meint das Spiel dazu? Aha. Brückenpfeiler-Kollision. Ja, weil da eben auch nicht die Kölbrandbrücke dann gebaut wird, sondern die herkömmliche Transportfieberbrücke. Und da sieht man, da kommen nicht mal mehr die Schiffe unten durch. Das funktioniert also nicht. Sondern wir brauchen die Kölbrandbrücke. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die war. Ja, guck mal an. Okay, Schwein gehabt. Da ist sie. Ähm, Höhe hatten wir, glaube ich, diese. Die maximale. Jetzt drehen wir dich mal und gucken mal, wo würden wir dich hinkriegen. Ja, das wird so oder so eher eng. Ich hoffe ja schon, dass wir die nochmal hier irgendwie so hinkriegen. Sonst, das wäre schade. So würde es halt gleich noch über den Hafen rüber gehen. Moment, ich muss das hier auch wegnehmen. Das ist aber im Weg sonst. So, jetzt ist sicherlich nichts mehr im Weg. Und da hier, hier hinten ist auch nichts im Weg. Das heisst, wir können es nochmal versuchen. Ah, Kollision, Kollision, Kollision. Aha, so wird es gehen. Okay, wir werden immer noch über dem Bahnhof. Hm, mal ein bisschen reindrehen. So wird es auch gehen. Das wäre dann relativ parallel. Guck mal, da könnte ich sogar noch relativ nah ran hier. Äh, nein, das geht nicht. Aber so geht es. Lass uns das doch mal so machen. Okay, und dann, was wir da hinten machen, das gucken wir jetzt gleich. Äh, haben wir Tramgleis? Ne, das kann ich nicht einstellen. Wir kaufen das mal. Gleich wieder 10 Millionen. Verbraten. Okay, und jetzt mal gucken, ob wir hier... So, okay, da haben wir einen gewissen Höhenunterschied. Kommen wir hier rauf. Äh, ja, wenn ich es richtig erwische. Aber wir können es ja von der Brücke aus machen. Das ist wahrscheinlich einfacher. Steigung zu gross. Irgendwie kommen wir runter. Ah, da sind gleich wieder Häuser betroffen. Ach, jemine. Gut. Dann sind sie betroffen. Das können wir leider nicht ändern. Da haben wir Tramgleis und alles. So runter und so rein. Das würde sogar gehen. Hm, okay. Oh Gott, das sieht ja aus. War die ursprüngliche Brücke nicht so hoch? Doch, die hatte, glaube ich, auch diese Höhe. Wenn wir hier hinten gucken. Da reingehen. Das würde funktionieren. Also, das hat die gleiche Höhe. Das Problem ist einfach, wir haben hier kein Pfeiler, nichts. Das kann es irgendwie nicht sein. Wenn wir von hier bauen. Gleich stürzt das Spiel ab. Ich sehe es kommen. Das hat nicht sehr gerne, wenn man hier so rumbastelt. Aber ohne rumbasteln geht es halt nicht. Ich würde das hier halt neu gestalten. Sprich, dass wir das so machen. Oder kommen wir hier vielleicht sogar rein? Nein, so nicht. Aber hier vorne. Guck mal, da kommen wir rein. Gut. Es ist halt einfach schade. Ist das die falsche Brücke? Ah, okay. So haben wir die Brückenpfeiler wieder. Aber dann haben wir auch gleich die Kollision. So haben wir sie nicht. Und wenn ich es jetzt nochmal verbinde mit dem bestehenden Teil. Hier vorne war der. Ja, ist einfach ein bisschen merkwürdig. Man macht hier dann diesen Bogen. Und hat hier diese Mordskurve. Um hier so rein zu kommen. Das muss doch eigentlich auch anders machbar sein. Mal nochmal mitnehmen. Okay, wie sieht es jetzt aus? Ja, jetzt ist... Ne, jetzt haben wir schon wieder diesen Bogen. Das ist, weil halt die Brücke natürlich auch eine andere Ausrichtung hat. Ja gut, ganz einfach. Das hier weicht nochmal. So, dann werden wir es von hier unten mitnehmen. Hier ranhängen. Geht wieder nicht. Wir machen es wieder von hier oben. Okay, dann macht es wieder diesen Bogen. Äh, ist das... Ah, ist die falsche Brücke. Moment. So geht es nicht. Äh, das muss doch einfacher gehen. Nämlich so. Und jetzt hier ran. Brückenpfeiler könnte es ja... Geht nicht. Gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns ganz von diesem Ding, was wir da gebaut haben. Und machen das auch neu. Äh, das stimmt immer noch. Dass wir irgendwie so rüber gehen. Und hier rein. So, jetzt haben wir wieder die richtige Brücke. Das würde so sogar gehen. Wunderbar mit Pfeiler. Ein bisschen gar steil. Vielleicht doch noch hier rüber. Da rein. Brückenpfeiler-Kollision. Gebäude werden entfernt. Okay, das würde wieder gehen. Dann hätten wir es nicht ganz so steil. Wir können die Strecke natürlich auch neu anlegen. Sprich, dass wir hier vorne reingehen. Das müssen wir in kleinen Schritten bauen. Aber das würde in der Theorie auch gehen. So rum. Geschwungen sozusagen. Und dann hier unten rein. Wir müssen das noch verbinden. Und wir müssen dann einfach die Tramgleise... Wir müssen gucken, wie wir das machen. Ja, das machen wir. Machen wir das so? Sieht das okay aus? Doch, das ist eigentlich sehr nett sogar, finde ich. Wenn die Brücke ein bisschen weiter geschwungen ist. So, und dann hier unten rein. Das passt. Jetzt bräuchten wir hier noch eine Verbindung. Okay, da haben wir Tramgleis. Das führt dann hier natürlich ins Leere. Weil wir das hier abgerissen haben. Also brauchen wir jetzt das Tramgleis... Ähm, hier oben. Zack. Dann kommt er da lang. Haben wir hier überall... Achso, im Moment. Das ist die Buchspur. Ich brauche das Tramgleis. Wo haben wir überall Tramgleis? Hier? Hier oben nicht. Doch, da unten auch. Der fährt hier lang, da rüber. Und will dann auf die Brücke. Das heisst, wir brauchen hier noch ein Tramgleis. Und hier hinten haben wir natürlich noch keinen Anschluss. Das werden wir jetzt auch noch kurz machen. Da brauchen wir wieder die Strasse. So, irgendwie da runterkommen. Mal gucken. So, und dann hier mit diesem Bogen. Und dann eben mit dieser Brücke. Das würde sogar gehen. Aber ist aber auch so steil. Das ist einfach nicht schön. Wenn das Ganze dermassen steil abfällt. Dann würde ich vielleicht eher das Ganze so machen. Ja, ist besser. Und dann hier irgendwie eine Querverbindung. Dass sie hier raufkommen, wenn sie das wollen. Oder vielleicht doch hier hin. Ist alles irgendwie zu steil. Vom Winkel her. Das sieht alles nicht wirklich gut aus. Ich würde sogar vielleicht so hier hinziehen. Dann sieht es noch ein bisschen natürlicher aus. Irgendwie hier rein. Und dann von hier Verbindungen da runter. Okay, haben wir die richtige Brücke? Jawohl. Das ist viel, viel schöner geschwungen. Gefällt mir zehnmal besser. So, und jetzt haben wir hier noch so ein Teil. Das möchte auch noch hier ran kommen. Und das funktioniert auch. Oh, jetzt habe ich kein Tramgleis gemacht. Brauchen wir das hier hinten? Ne, hier hinten brauchen wir es noch nicht. Dann lassen wir es. Wir machen das Tramgleis dort, wo wir es brauchen. So, nehmen wir mal. Und dann gucken wir. Ja, bestens. Okay, haben wir hier die Verbindung nach hier hinten. Das passt auch. So, das sieht doch relativ cool aus. Gefällt mir fast besser wie vorher. So, wie es jetzt geschwungen ist. Vor allem, weil eben der Bahnhof jetzt auch eine vernünftige Länge hat. Gut, jetzt müssen wir hier unten noch das Ganze verbinden. Ach, wisst ihr was? Hier machen wir Kreisel. Ganz einfach. Äh, das war hier. Stimmt, das war das wirklich hier? Moment. Das war nicht bei den Depots. Doch, das war bei den Depots. Äh. Einstellungen. Halt, nochmal raus. Sonst gibt es hier unten Durcheinander. Also, ich brauche die Kreisel. Das war eigentlich hier. So, jetzt haben wir es. Gut. Wo sind die Kreisel hingekommen? Moment. Das sind keine Kreisel. Ach, die waren bei den Personen. So, jetzt habe ich es. Nach 300 verschiedenen Übungen. Äh. Passt du hier hin? Ja, du passt perfekt hier hin. Dann machen wir hier einen Kreisel hin. Dann werden wir auch keine Probleme haben in Sachen Verkehr. Vielleicht aber doch den ein bisschen kleineren. Und wir hätten gerne Blumen in der Mitte. Ja, das würde passen. Zack. Gekauft. Äh. Und dann gehen wir hier mit dieser Strasse mal hier rein. Denkste. Aber so geht es. Okay. Mit der gehen wir. Hm. Gucken wir. Mit der gehen wir mal sicher hier rüber, wenn das irgendwie machbar ist. Steigung zu gross. So geht es. Da müssen wir da tatsächlich nochmal zu einer Kurve ansetzen. Ne, geht auch so. Gut. Gekauft. So, da ran pinnen. Moment. Wunderbar. Bin jetzt hier. Hm. Da ist ja nochmal ein Gleis. Äh. Was waren wir denn jetzt mit dir? Äh. Vielleicht hier rüber. Das wird nicht gehen. Nicht, wenn da ein Gleis im Weg ist. Ah, das funktioniert nicht. Hier raus. Da wäre wahrscheinlich dann wieder ein Gebäude fällig. Wenn es überhaupt funktioniert. Es rechnet und macht und tut. Da kommen wir nicht rein. Moment. Da kommen wir irgendwie hier rein. So wird es gehen. Okay. Gleich zweimal über die Strasse und die vier Gebäude. Damit müssen wir leben. So. Jetzt haben wir hier wieder Bereiche, wo wir noch kurz einen Bahnübergang installieren. Nehmen wir mal den. Haben wir hier auch Bahnübergang? Auch nicht. So. Gibt es hier auch noch einen. Also unbeschrankt hatten wir da. Und das geht natürlich nicht. In so einer grossen Stadt. In der Hansestadt Hamburg. Wollen wir keine unbeschrankten Bahnübergänge. Zumindest nicht, wenn wir sie finden. Da haben wir keinen. Und hier haben wir. Hier haben wir doch tatsächlich. Ne. Hier haben wir auch eine Schranke. Also das passt soweit. Hier unten haben wir noch einen. Ja. Das haben wir früher schon gemacht. Gut. Kommt man hier von der Köhlbrandbrücke runter. Jetzt müssen wir noch gucken. Wegen Tramgleis und Co. Das ist wieder der Bus. Wir bräuchten Tramgleis. Und zwar auf der ganzen Brücke. Zumindest hier in diesem Bereich. Nach hier hinten. Also nach unten sozusagen. Den Bereich hier. Den brauchen wir noch nicht. Da haben sie noch nicht mal gebaut. Also von daher. Okay. Wenn wir jetzt hier hinten gucken. Er kommt dann hier um die Kurve. Und kann dann irgendwie hier runter. Und dann nach hier hinten. Das ist ja das, was er möchte. Hier möchten wir noch gar nicht lang. Glaube ich mit dem Tram. Das kann sein, dass wir das noch ändern. Das wäre aber etwas für eine nächste. Haben wir hier. Habe ich das so gebaut? Das kann man ja auch einstellen. Sonst müssen wir das nachträglich nochmal machen. Moment. Tramgleis, Tramgleis. Und dann. Hat das hier kein Tramgleis. Kann ich dich aufrüsten? Ich kann. Sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir hier auch ein Tramgleis. Jetzt hier rauf. Hätten wir glaube ich auch nicht gemusst. Aber irgendwie hier runter. Sollten wir. Und dann müssen wir einfach mal die Linie nehmen. Und gucken wo die lang geht. Ob das irgendwie noch funktioniert. Oder dann doch eher nicht. So. Schliessen wir hier mal an. Da ist es auch grün. Das heisst das kann gut sein, dass da die Strassenbahn durchdüst. Okay. Und jetzt Linie. Niem Niem. Sichtbar. Einmal runter. Und dann hätten wir hier gern die Strassenbahn. Aha. Moment. Da ist es. Oh. Da haben wir ja zwei Linien sogar. Okay. Dann haben wir zu. Tram Hamburg. und Tram der Köhlbrandbrücke. Wenn wir hier gucken. Bei der roten Linie. Also beim normalen Tram Hamburg. Da ist nicht viel passiert. Äh. Das ist mir wieder eine zu ähnliche Farbe. Moment. Das müssen wir schnell ändern. Okay. Jetzt sehen wir die rote Linie. Ja. Da ist nichts passiert. Äh. Die fahren da einfach im Zentrum rum. Und wenn wir jetzt hier gucken. Bei der. Äh. Die fährt irgendwie nicht über die Brücke. Kann das sein? Haben wir hier irgendwas vergessen? Aha. Die fährt hier hin. Weil sie ja noch eine Haltestelle hat. Und dann geht es hier eben. Wie gesagt. Nicht mehr weiter. Das heisst. Die Lindenstrasse. Die müsste raus. Äh. Hier auch nochmal. Und dann mal gucken. Was macht die Linie jetzt? Dann ist sie da vorne. Und jetzt hätten wir sie gerne hier oben. Das heisst. Du kommst mal weg. So. Wir müssen sie irgendwie hier rauflocken. Sozusagen. Äh. Äh. Haltestelle. Die haben wir weiter vorne. Wir haben was. In der Richtung zum Beispiel. In der Hoffnung. Dass es nicht versinkt. Ja. Das ist ja viel zu krumm. Für was. Oh Gott. Das ist auch selbst für so was kleines. Viel zu krumm. Tatsächlich. Hier geht es hin. Okay. Nehmen wir das. Hier dazu. Das wäre dann. Nach der Jahnstrasse. Wollen wir hier lang. Lang. Okay. Und hier oben. Was wäre hier der nächste Anlaufpunkt? Wenn wir hier runter kommen. Eigentlich die Schlossstrasse. Und dann wieder zurück. Ja. Jetzt wird es kompliziert. Wir müssten das eigentlich fast schon neu. Neu machen hier. Hm. Zumindest mit den Strassen. Das müsste noch verbunden werden. Damit wir. Damit er da lang kann. Hm. Oh Gott. Wie machen wir das? Also hier rüber. Und nach der Markt. Nach dem Marktplatz wäre die Kirchstrasse. Acht. Moment. Da hat er eh was ganz anderes. Das wäre dann hier. Warum fährt er hier nicht rüber? Wir müssen mal nochmal schnell kontrollieren. In Sachen Tram Linie. Fehlt hier irgendwie was? Da haben wir eigentlich. Wenn man hier einfach auch mal. So. Damit er wirklich machen kann. Was er muss. Jetzt müsste er doch eigentlich über die Brücke kommen. Ist aber die Frage. Ob das für das Tram Sinn macht. Jetzt müsste es doch eigentlich Sinn machen. Wir nehmen mal nochmal schnell die Linie. Tram Kühlbrand Brücke. Ne. Fährt nicht hier rüber. Gut. Wie kriegen wir jetzt die hier rüber? Da machen wir am besten. Ja. Eigentlich würde man wirklich am besten die ganze Linie nochmal neu machen. Möchte ich aber eigentlich nicht. Denn sonst stimmt sie hier ja. So weit. Bis hier hin geht er. Er muss jetzt einfach nach dem Marktplatz. Hier. Nicht zur Kirchstrasse. Sondern hier unten meinetwegen zu einer neuen Haltestelle gelockt werden. Zum Beispiel hier hin. Okay. Also nach dem Marktplatz hier hin. So. Und schon kommt er daher. Gut. Dann würde er hier durchdüsen. Das würde eigentlich auch noch Sinn machen. Hier haben wir auch einen Tram. Aber da ist halt die Frage. Bist du von der Linie? Ne. Du bist von Tram Hamburg. Das müssen wir dann also nicht mehr anlaufen. So. Nochmal die Kühlbrand Brücke. Jetzt müssen wir den Rückweg noch haben. Das heisst. Vom Rosenweg gehst du zur Kirchstrasse. Das wäre. Oder Kirchgasse. Das wäre hier unten. Also wäre das nach der Kirchgasse dann hier. Moment. Da müssen wir aufpassen. Kirchstrasse. Haben wir auch noch. Das ist aber definitiv die Kirchstrasse. Kirchstrasse. Äh. Die Kirchgasse. Jetzt geht es schon los. Also. Von da an zum Bahnhof. Gut. Das würde heissen. Nach der Kirchgasse. Geht es zum Hauptbahnhof. Dann haben wir sie hier oben. Von der Kirchgasse zur Burgstrasse. Das wäre hier hinten. Und dann zur Schlossstrasse. Da müssen wir immer noch eine Verbindung schaffen. Dann wäre es aber nach der Schlossstrasse am einfachsten. Hier zum Rosenweg zu gehen. Also Schlossstrasse. Das wäre hier oben. Geht es dann zur Jahnstrasse. Das müsste dann hier hinten sein. Jawohl. Gut. Dann können wir hier das so machen. Also nach der Schlossstrasse. Oder bin ich jetzt völlig auf der falschen Seite. Wenn wir hier jetzt den Rosenweg haben. Puh. Sag mal. So kompliziert kann es doch eigentlich gar nicht sein. Ähm. 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 Nochmal ganz zusammen nehmen. Es ist halt blöd. Bei einer bestehenden Linie nochmal irgendwie rum zu pushen. Und neue Dinge zu machen. Ist irgendwie doof. Weil man dann immer irgendwas übersieht. Also jetzt mal ganz einfach. Von Hamburg Hauptbahnhof zur Kirchgasse. Düsen wir. Das ist hier. Okay. Dann zur Burgstrasse. Das ist hier. Dann zur Schlossstrasse. Und von der Schlossstrasse geht es zur Jahnstrasse. Das ist eben eigentlich schon mal falsch. Denn von der Schlossstrasse soll es erst hier hingehen. Zum Rosenweg. So. Das ist okay. Dann geht es zur Jahnstrasse. Gut. Dann geht es zum Marktplatz. Äh. Wo ist denn der Marktplatz? Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Ach der grüne Neune. Ich sehe den Marktplatz nicht. Jahnstrasse. Ach. Hier. Okay. Äh. Vom Rosenweg zur Jahnstrasse. Und dann zum Marktplatz. Das stimmt völlig nicht. Wisst ihr was? Das ist mir zu. Äh. Zu durcheinander hier. Das Ganze. Das machen wir mal. Nochmal neu. Äh. Löschen. Alle Stationen entfernen. Dankeschön. So. Dann machen wir das neu. Also. Wir fangen an. Hier vorne. Und dann ist das Ziel. Hier rüber zu kommen. Alles andere ist eigentlich relativ egal. Hier sind wir ja eh schon unterwegs. Könnten wir aber noch mitnehmen. So. Von der Jahnstrasse gehen wir wieder zurück hier hin. Genau. Dann wird das umgedreht. Und wenn wir jetzt hier hinten wieder hier hingehen. So. Dann haben wir auch den Rückweg hier rüber. Gut. Dann wären wir beim Rosenweg. Die drei. Dann wollen wir wieder hier lang. Und von hier wollen wir wieder zum Hauptbahnhof. Das ist definitiv am einfachsten. Da kommen wir auch dem anderen Tram nicht allzu sehr ins Gehege. Und wir haben genau das was wir wollen. Nämlich dass das Tram eben die Köhlbrandbrücke benutzt. So. Hätte ich das mal von Anfang an so gemacht. War zehnmal einfacher. Gut. Wir lassen mal laufen. Wie sieht es denn hier unten aus? Mit drehenden Zügen. Aha. Der Kollege hier. So. Einmal wenden. Du darfst in den Bahnhof rein. Der fährt. Der fährt sogar richtig. Jetzt hier vorne gucken. Züge. 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 Na. Was machst du? Du fährst auch in die richtige Richtung. Vorbildlich geradezu. Machen wir. Beziehungsweise lassen wir so. Und jetzt hier unten von hier oben kommend. Fährt auch auf der richtigen Seite. Passt auch. Hat sonst jemand gedreht. Da müsste es hier eigentlich auch stehen. Ja. Der fährt auch. Ne. Der fährt falsch. Moment. Du musst eigentlich aufs andere Gleis. Ja. Den müssen wir einmal drehen. So. Die andere Richtung. Ja. So. Perfekt. Und jetzt hier oben. Ja. Das ist immer so ein bisschen doof. Hier diese Züge dann zusammen zu suchen. Äh. Die gedreht haben. So. Jetzt lädt es wieder. Gucken wir mal hier. Hier waren wir eh auch schon länger nicht mehr. Aber die fahren. Die fahren eigentlich genauso wie es sich gehört. Bestens. Dann lassen wir die auch in Ruhe tuckern. Nahrung haben sie auch noch. Das heisst. Hier steht einer. Moment. Aber ich glaube der steht zu Recht. Ja. Der ist zumindest auf der richtigen Seite. Der muss halt warten. So. Nochmal. Nachher unten. Nochmal kurz. Einen Blick. Ja. Ist okay. Also vor allem der neue Bereich. Diesen Bereich hatten wir ja schon. Hier. Das ist viel schöner geschwungen wie vorher. Und wir gehen immer noch über den Güterbahnhof rüber. Und hier sogar ein bisschen über den Hafen. Gefällt mir eigentlich. Das hat sich schon gelohnt. Denn eben. Guck mal. Jetzt haben wir hier tatsächlich einen Güterbahnhof in Hamburg. Der auch. Ja. angemessen ist. Und der den Namen Hamburg Maschen hoffentlich auch verdient hat. Gut liebe Freunde. Danke fürs Zusehen. Ich würde sagen. Wenn wir jetzt gerade noch an den Tram rumgemacht haben. Wisst ihr was? Dann sagen wir doch auch mit einem Tram. Tschüss. So. Hier unten war eins. Moment. Da ist es doch. Besten Dank fürs Zusehen. Ich hoffe wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020